So, willkommen zu Teil 5 nach dem tragischen Ende in Teil 4. Aber das coole ist, wenn man dann auf Neustart geht bzw. laden, kommen wir da wieder raus, wo wir gerade waren. Wir haben halt den Fehler gemacht, wir haben versucht dieses Datenpad hier zu nehmen. Jetzt steht da gerade die Jagd wurde unterbrochen. Jetzt weiß ich nicht. Ach komm, vielleicht können wir es mitnehmen und gehen dann nach Hause. Wollen wir es machen? Ja komm, los geht's, auf geht's. Oh. Okay, da steht es wieder, also wir nehmen das nicht. Nein, 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 das, nein, 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 können wir gar nicht wieder vergessen. Ich wollte es abbrechen. Ach so, wir kommen super schnell jetzt raus. Ja, das war es schon. Das kennen wir ja noch. Okay, dann sehen wir es noch mehr. Sieht ja auch gut aus. Ja, komm, tschüss, Wiedersehen. Das wird nicht gut ausgehen. Das hatten wir gerade schon. Raus, 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 raus. Irgendwie erstmal raus hier. Wo kommen wir denn raus? Äh, gute Frage. Erstmal weg hier. Ach du Schande, ach du Scheiße. Stopp. Vielleicht können wir es ja noch retten. Ne, von mir mal was. Mit unserem super Unterstützungsfeuer. Da müssen wir ja alle nehmen, die wir haben. Nein, 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 kriegen wir nicht hin. Ne? Ja. Einer haben wir verloren, gell? Oh, 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 oh. Tut er sehen. Das schaffen wir noch nicht. Oh, Scheiße. Okay. Okay. Also wir wissen... Nichts des Starter-Pad an Klipp. Ja, kein Sinn. Okay. Ah, äh, das war es dann wieder. Let's rock. Ja, das wird aber nicht lange rocken. Nur das war es. Ja, komm. Okay, ja. Aber dann haben wir es halt nochmal gesehen. Das war das Ende. Äh, ja. Naja. Naja. Aus Fehlern lernt man. Habe ich mal... Ruhig, wie sehr das... Lass doch... Das ist so ein kleines Daten-Pad. Das ist... Das ist doch nichts. Wie gesagt, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir... Nein, 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 das machen wir jetzt nicht. Gut. So, da waren wir eben auch schon. Wir müssen sowieso raus, weil wir ganz nach oben müssen. Äh, es hilft ja nichts. Sowas mit der Tür hier unten. Oh. Oh. Weg, 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 weg. Erstmal raus hier. Erstmal raus hier. So, raus hier. So, raus hier. Ja, gute Idee. Ja, gute Idee. Ich glaube, wir sind gespottet. Los geht's. 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 Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Könnten wir hier noch gesund rauskommen? So, erstmal hier Safe Zone Jetzt ist die Frage Erstmal zurück zum Schiff Oder wollen wir uns das hier oben nochmal anschauen Da war der Eingang ja Glaube ich versperrt Wenn wir da durch Wir schauen mal Nein, wir gehen jetzt erstmal zum Schiff So, komm Es wurde uns vorhin ja auch angeraten Ja Okay, was haben wir denn Werkzeuge Die Proben davon haben wir sechs Stück Material, das brauchen wir sowieso Also machen wir das mal So, also 65 Prozent, hallo Das ist nicht schlecht Uns fehlen noch die Materialien Und den verdächtigen Container Das kriegen wir dann schon hin Gut Levelaufstieg, befördern Ja, es ist einfach wie XCOM Aber cool So Was haben wir denn hier Wir befördern mal Ja, Schlauberger Mal gucken, kann man das bei jedem machen? Nee, alle wieder anders Okay Die sind zwar alle nur Level 1 Aber dennoch Anders Also, das hier wird erstmal ein Scharfschütze Dann wird er hier Der Schlauberger für die Türen Ja Jetzt brauchen wir noch ein Tank Irgendwas Tanky Was kann sie denn Verringert den Stress Blablabla Ja, kriegt sie So Ja, wie zwei So, dann haben wir noch einen Ich brauche jetzt mal so einen fetten Tanky Untauglich Ja, toll Untauglich Der hat einen unverwüstlichen Willen Oder sie Oder wissen wir das Sie Okay Was kann ich hier noch machen? Gar nichts Kein Trauma Alles Na, siehst du mal Obwohl sie so schauen Sie haben alle Alle drei Rechts geht Okay Das war das So Weiter geht's Ja Ja Das haben wir Werte Okay Also zur Info Groß einklicken Kannst hier gar nichts Das sind einfach nur die Statistiken Bericht schließen Bericht schließen Achso Können wir nicht Wir können also nur eine Gut Ja Nichts Gar nichts Hallo Ma'am Kürz ist Mütter Was habe ich dir教en, Marine? Salute Dafür wechseln wird wahrscheinlich nicht gehen, ich habe ja noch keine neuen, bringt nichts Schwach Kein Trauma Befügbarer Verbesserung Slot Na, was nehmen wir denn mal Jetzt müssen wir wieder aufpassen mit unseren Mit unseren Gütern Zielsicherheit Also kostet 30 von den Kisten Kosten hier alle 30 Ja Ja, kommt Treffsicherheit Oh So viel Was ich da reinpacken könnte Okay Das bleibt sich dann gleich Ja Das müsste ich eigentlich machen Okay Die Kriegtaschen Und das war's dann Woher Mehr haben wir nicht Mehr haben wir nicht Okay Zurück Hallo Hey Need a gun Administrator Ah, brauchen wir warum Unmengen an Materialien Ah, da müssen wir ja noch ein bisschen länger stehen Oh, Flammenwerfer Gut 100 Kisten Eine Mine 100 Ei, 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 ei Ja, müssen wir noch öfter rein Hilft nix Need a gun, Administrator? Hm, ich glaub Jetzt haben wir erstmal alles Befehlsteck Es müssen Muss, glaub ich Wieder ein Tag vergehen Und dann Sind wir wieder da Hallo Administrator Heyz New objectives Are waiting Your review Uh What do you guys Oh So So Verfügbar Marins 3 Ist Schlecht Also Noch mal Ein Tag Abbrechen Ich muss den Einsatz Machen Achso Was ist mit den Ärzten Moment Da komm ich nicht hin Ich kann nur Ne, so Da geht noch Hallo Hallo Administrator So Jetzt sind Alle geheilt Siehst du So schnell geht das Manchmal Schon gesund Befehlsteck Befehlsteck Hey Rock Need a gun Administrator Ja das war bei XCOM ein bisschen besser Aber wir wollen das ja nicht eins zu eins vergleichen So Vier sind verfügbar Na also Dann machen wir das Wo wollen wir denn mal Oh Wir müssen ja da oben Ist mal noch unklar Doch das muss da Ein ganz ein Also dann da Wollen wir mal Dann nimmt er das jetzt oder nicht Ich ja nicht Möchte gerne da Aber es bestätigt Wenn ich Ach so kann man das Mal Alles klar Trupp zusammenstellen Schwach Untauglich Was ist denn hier los Kann ich den nicht austauschen Ach so Ich hab keine anderen Der ist blöd Also wir haben ein Level 1 Dann haben wir einen Untauglichen Einen schwachen Und einen Disziplinlosen Leute Das ist das team das Jeder aufstellen würde Disziplinlos Schwach Untauglich Und einer der immer nur Pech hat Na wenn das nicht gut geht Na gut Die anderen sind ja noch Irgendwie ein bisschen krank Scheiße Dann würde ich sagen Los auf geht's Inventar Was will ich denn da groß aussehen Ich hab ja nix Achso Es geht das Ja Das brauchen wir bestimmt Ach nee Zwei kann ich auch mitnehmen Nein eins reicht Ja Ich würde mal sagen Ach komm So Auf geht's Das wird ja wieder was Das wird ja wieder was Ich bin gespannt Mit dieser Truppe Kann ja nichts Schief gehen So Das unwetter hat aufgehört Ich hoffe bei euch auch Das war echt Das war echt heftig Die aliens haben den Planeten schon verlassen Als ihr gehört dann Was dieser Kampf Jetzt landet Wo sind wir Sind wir jetzt da richtig angekommen Ja man Das ist ja mal cool Okay Die Frage ist Kommen wir da rein Von wo kommen wir da rein Wir gucken mal erst mal außen rum Ah da ist es Ist das sogar aus Na hätten wir auch gleich 150 Hatten wir auch vorhin noch mitnehmen können Na gut hätte hätte Fahrradkette Auf geht's So Das manifest das am Container angebracht Ist Wie sieht's denn da aus Na gut dann müssen wir da mal irgendwie entfahren Also zurück Gibt's da sonst was? Nö Ding verlegen Wir fahren mal Ja Wo ist der Eingang Der ist dicht Oh Guck dir das mal an Eieieiei Was machen wir denn Was machen wir denn Kommt da hin Achso Habe ich die jetzt wieder Ah Ja Ich brauche die Kisten Gleich einer da Ist ja klar Ja da müssen ein kommen Okay 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 Was sind wir denn hier Ah Ah Disgusting Ich habe ihn Ich schaue ihn Ich schaue ihn Ich schaue ihn Da ist ja ein weiter Weg Zu so ein paar Kisten Quiet Sie haben uns nicht gesehen Nicht gut Oh 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 Sie ist die Kisten Auf der anderen Seite Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Wir müssen wieder zurück Das Nest Scheiße 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 Kommt komm Zurück Zurück Lauf Schon haben sie es Stress Die erste Mission Von denen Und schon haben sie Stress Ja ja komm So die stehen da erst mal safe Also wir müssen hier hinten irgendwo raus Ist wenn diese Kisten kommen Wo kommt man denn Ist das so ein weiter Weg Boah Junge Da geht gar nichts Alles dicht Na gut hilft nichts Also rein Darüber müssen wir hin Ganz nah unten Ist da einer drin Einer ist genau da Wo wir rein müssen Also Welcome Stresslevel geht noch So was kann man was mitnehmen Datapad Das sagt uns doch was In der vierten Teil Das ist schön Nichts 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 Hier ist schön dicht Okay Dann könnten wir hier ein safe rum machen Nachher Hilft uns aber jetzt nicht Wir müssen weiter Da Na gut Na gut Ja gut Zvereine Auch wieder nichts Ah wieder so eine Mission wo es nicht zu finden geht Ah, hier sind wir richtig Oh, dangerous Suppress the fire Light them up Ah, it burns, it burns Move, move Move on Come on team Ah, jetzt muss er jetzt springen Ja, das dachte ich mir jetzt schon Light them up 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 Let's rock Bring him down Bring him down Let's rock You like that, huh? We knocked them hard Check your vital squad Der bleibt stehen nehm ich an Sch Listen I think we're good Got em They look intact to me Good Double time Oh, scheiße Ach, der würde da nur stehen Sich in die Wand verpieseln Dachte ich eigentlich Ja gut, hat er nicht Damit muss er leben Okay, die sind Ein bisschen ramponiert Aber nur ein wenig Ach ja, das Ding wird Jetzt wird's wieder schwierig Wir müssen das Teil aufbauen Wir müssen das Teil aufbauen Ja, von wo kommt er, keine Ahnung Jetzt geht das wieder los Kann ich nicht machen Hm Hm Also wenn sie einem das schon empfehlen Dann lassen wir es Dann lassen wir es Komm und get it, I'm ready Andererseits Andererseits Wir holen uns das Und wissen wir jetzt, wie wir hierher kommen Dann können wir es wieder nicht abbauen Das ist auch blöd Mal gucken, sagt er das jetzt nochmal? Ja, okay, das wird noch nichts Erstmal muss ich sie noch halten Blablabla Ja, der Stress muss auf jeden Fall runter Das heißt, wir gehen erst nochmal in diesen einen Raum Ach komm, wir gehen erst mal hier rein Komm, schweiß das mal zu Wir haben da jetzt erstmal genug Und da hinten bitte auch Und da hinten bitte auch Und da hinten bitte auch Ja, verschweißen Ja, verschweißen Ach ja Wir brauchen einen extra Raum Hier können wir nichts machen Hm Okay, das war jetzt leider Verschwendung Von Material So, was haben wir hier auch wieder zwei? Ein Einraumteil Wenn wir ihn nicht finden Shit Let's do what we came for And get the hell out of here Ah Tja Das heißt, wir müssen erstmal Wir müssen weiter erkunden, mehr sammeln Jetzt hat das sonst keinen Sinn Wenn ich jedes Mal die Warnung bekomme, dann hat das Dann gegen den Dicken das schaffen wir nicht Besonders nicht mit der Truppe Also bauen wir das Ding wieder ab Also bauen wir das Ding wieder ab Ja, was ist das denn Na, was ist das denn? Oh, Maschina Oh, Maschina Einmal Einmal Zweimal Dreimal Das müsste reichen Nichts Nichts Nichts, nichts, nichts Was ich da noch lohnen könnte Das können wir nicht machen Das können wir nicht machen Aber Wir haben zweimal Heilung Und zwei müsste ich auch heilen Hab ich auch So, wärs jetzt was Wie war das jetzt? Das ist Scharp Scharp muss erstmal geheilt werden Scharp Ja, Scharp Ich werde dich am besten wie ich kann Da, du gehst Scharp Ja, Scharp braucht gleich nochmal einen Scheiße, es kommt zu uns Äh Er hat noch nicht so viel So kann ich das jetzt nicht nochmal heilen Okay, zweimal hintereinander geht nicht Alles klar 46 Stress Ja, aber geht ja noch alles Was haben wir denn hier drin noch irgendwas Da liegt da auch noch was Ah, genau Da müssen wir erstmal hin Äh, dann rüber Soll ich zum Beispiel Wir müssen vor mir leben Ach, die Seh sind nicht da Let's see what's inside Datapad Ja ja Hahahaha Miner liebsten Dadapad So, Muni haben wir auch Was haben wir hier noch Ich muss da irgendwie hinkommen. Das ist so merkwürdig. Weil da geht es nur irgendwo raus. Jetzt wird er nur rauskommen. Ah, ok. Kopfschlüsse. Ich finde, das macht echt Spaß. Das ist echt geil. Also, wir müssen erstmal weiter sammeln mit Vorwärts. Wir müssen uns gegen diesen Mini-Boss erstellen. Das hat uns keinen Sinn. Scheiße. Ja, ich trage ihn mal. Oh, ne, ich mach das gern. Ich glaube, sie betet ihn an. Sie heilt ihn nicht. Ja, hauptsache es hilft. Gewaltiger Ansturm. Äh, nee, dann gehen wir mal eben raus zu unserem Hummy-Bungie. Was? Was ist denn jetzt los? Wie geht das denn mit? Ich will die nicht verschweißen. Ich will nur... Jetzt... Ja, die war ja alles zusammen. Die sind festgesteckt. Ist jetzt so. Ja, Stress, Stress. Wird locker. Oh, da sind da war einige. Stopp! Ah, fehlt uns wieder. Ja, das sieht gut aus. Ich würde auch erstmal woanders empfangen. Wir müssen schließlich sammeln. Womit waren wir denn noch nicht? Wir waren echt. Es gibt ja noch so viel, wo wir nicht fahren. Cool, ey. Mitten im Kampf. Ey, der ist ja cool gemacht. Sehr gut. Jawoll. Jetzt sollten sie eigentlich ein bisschen Stress abgebaut haben. Sehen wir ja gleich. Ja. Also allein das Fahren lohnt sich da schon. Na gut, hier waren wir ja schon. Ähm, ich wollte aber gern mal... Ah, ja. Das wird erstmal ein bisschen nachladen. Haben wir nix mehr. Oh, ey. Doch, wir haben 2000 Schuss. Ah, okay. Nachgeladen ist, wenn sie aus dem... Hamby-Stein. So. Also das können wir erstmal hier vergessen. Das wird nix. Wir könnten da durchgehen. Hier rumgehen. So. Dann da lang. Wir kommen doch zu den Kisten. Nochmal. Also. Wir sind hier. Wir müssen uns denn nicht... Don't get you comfy, okay? Double time! Was? Also die Kamera... Wie gesagt, die Kamera... Das ist für mich... Also das haben sie... Das ist nicht sehr schön. Ich glaube, so geht's. Da sind doch die Sachen, die wir wollen. Das hat sich schon mal jetzt gelohnt. Okay. Das ist schon. So, was haben wir denn noch hier so eine Ecke? Nichts. Wir könnten... Wir könnten... Nein, das hätte ich doch gern. So, weiter. Nehmen doch mal den Aufzug. Was haben wir denn hier? Da sind auch noch Kisten. Die brauchen wir auch noch. Wir müssen unbedingt... Weckisten sammeln. Vielleicht müssen wir gehen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Leider, leider fehlen jetzt die letzten 10 Minuten für diese Folge. Die wurden nicht mit aufgenommen. Ich kann euch nicht sagen warum. Vielleicht liegt es ja mehr. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber es passiert leider ab und zu mal. Ich werde jetzt konstant dann immer eine Dreiviertelstunde bis Stunde durchzocken und das so aufnehmen und dann nur noch die Ladesequenzen rausschneiden, damit sowas nicht mehr vorkommt. Zur Info, ich habe dann noch die ganzen Kisten da hinten geholt. Habe jetzt insgesamt glaube ich 250. Das Ende davon wurde wieder, Dankeschön, aufgenommen. Das seht ihr jetzt. Okay. Oh stopp. Das werde ich noch eben mit dran hängen. Wir wollen ja sehen, was wir noch machen müssen. Also wir haben nur noch diesen einen Container, wie ihr sehen könnt. Dann hätten wir das soweit alles durch. Aber ihr habt dann mitbekommen, wir müssen uns besser darauf vorbereiten. So. Und dann kommt jetzt hier der Rest, die Übersicht. Ja, alles gut. Ich gehe gleich auf die Intensivstation. Das ist das, was wir hatten, mitgebracht haben. Fertig. Okay. Okay. So, und da geht's nächstes Mal weiter. Also, bis dann.